Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Treff. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist. Und heute geht es um das Thema Selbstboykott und vor allem auch in Bezug auf andere, in Bezug auf deinen sozialen Kontext. Wo hast du das Gefühl, dass du dich womöglich zu sehr zurücknimmst oder zu sehr in die Defensive gehst? Oder wo du gar nicht so um deiner Selbstwillen wahrgenommen wirst, weil du mal gelernt hast und da geht es um das Lernen, um die Konzepte, dass man eher ruhiger ist, dass man höflich sein soll, dass man sich zurücknehmen soll oder wo du Strategien entwickelt hast in deinem Leben, die dir eigentlich schaden und die dich langfristig oder mittelfristig oder auch nur kurzfristig einfach schwächen. Und da werden wir uns einmal diese Muster anschauen. Und da geht es jetzt ein bisschen um ein sich selbst mit neuen Augen wahrnehmen, und sich selbst auch ohne Vorurteile mal wahrnehmen. Also das ist so der erste Teil der Meditation. Und mit dem werden wir gleich mal starten. Und dann lösen wir ein bisschen so diesen Selbstboykott, diese Muster, die da drinnen stecken. Also schließe einfach mal deine Augen und atme gerne mal tief ein. Und wieder aus und noch mal tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir einfach mal, dich zu entspannen. Und wir werden jetzt mal beginnen, mit deinen Augen zu arbeiten, als Symbol deiner Wahrnehmung, was du siehst. Und ganz egal, ob du Brille trägst, Kontaktlinsen oder auch gar nichts hast, erlaube dir jetzt mal, dich auf deine Augen zu konzentrieren. Und sieh ganz bewusst durch deine Augen. Ich nehme durch meine Augen wahr. Und wenn du deine Augen geschlossen hast, dann nimm einfach mal so die Dunkelheit oder das wahr, was du durch deine Augenlider siehst. Aber konzentrier dich ganz bewusst auf das Sehen. Ich nehme durch meine Augen wahr. Ich sehe mit meinen Augen. Und ich nehme auch meinen Sehnerv die Verbindung zu meinem Gehirn mit den Augen wahr. Und vielleicht nimmst du einen Unterschied zwischen deinem linken Auge und deinem rechten Auge wahr. Vielleicht hast du das Gefühl, dass das linke Auge oder auch das rechte Dominante ist, dass sie nicht ganz ausgeglichen sind. Das ist völlig in Ordnung. Und erlaube dir jetzt mal, eine Reinigung deiner Augen zuzulassen. Und diese Reinigung deiner Augen geschieht mit einer Frequenz namens Güte oder Gnade. Güte und Gnade. Güte und Gnade berührt meine Augen. Und das ist so, als würdest du dir das Gesicht waschen und du spürst, dass Güte und Gnade durch deine Augen fließen und dein Gesichtsfeld entspannen. Und diese Güte und Gnade fließt durch deine Augäpfel, deine Iris, deine Pupille, den Glaskörper bis hin zu den Sehnerven und reinigt und entspannt auch deine Muskulatur um die Augen und reinigt und entspannt und stabilisiert dein Gesichtsfeld. Und durch diese Augen hast du Dinge erlebt und gesehen und wahrgenommen, die sich eingeprägt haben in deinem Leben. Deine Augen haben schon von klein auf gesehen und haben wahrgenommen und du erlaubst dir jetzt mal deine Augen zu fragen, was sie denn erlebt hätten, das dich jetzt noch in deiner Kraft blockiert, dich klein hält. Vielleicht haben deine Augen dann einen Ärger eines Elternteils gesehen. Vielleicht gab es irgendeinen Streit oder irgendeine Situation, in der du dich unwohl gefühlt hast. Aber erlaube jetzt einfach mal, da ein Bild hochkommen zu lassen, in dein Bewusstsein zu kommen. Eine Situation, ein Bild, die dich geprägt hat. Und erlaube dir jetzt mal, diese Situation plus Gnade plus Lösung wahrzunehmen. Also das Bild oder das Gefühl, das entsteht, erlaube dir jetzt mal, mit Lösung, Erlösung, Heilung und Gnade zu betrachten, sodass sich so diese Beeinträgungen, diese Prägungen lösen, die letzten Endes auch zu Selbstbarkott führen. Vielleicht sind das so Sätze, wie ich darf jetzt nicht laut sein oder ich muss jetzt brav sein, sonst werde ich bestraft oder werde nicht geliebt. ganz egal, was du wahrnimmst, alles ist jetzt okay und darf sich lösen. lass einfach mal diese Energien einfließen in deine Augen. violettes Licht für Transformation, grünes Licht für Heilung, oranges Licht für Leichtigkeit und Freude, goldenes Licht, gelbes Licht zur Abgrenzung, und spüre mal, wie diese Prägung aus deinem Gesichtsfeld gelöst wird. Spüre auch, wie dein Sehnerv sich entspannt und wie dunkle, fast wie Fäden aus deinem Gesichtsfeld abgezogen werden und sich transformieren und lösen. Spüre, wie deine Augen entspannter und weicher werden, klarer werden, und auch, wie ein tiefer Druck und Stress sich löst. Spüre, dass dir jetzt erlaubt ist, deine Energien dorthin zu richten, wo ein positiver Fluss stattfindet, wo ein Weg ist, wo Türen sich öffnen zu einem wohlwollenden Umfeld hin, sowohl arbeitsmäßig als auch privat, wo du selber spürst, wie du gefördert wirst und positiv wahrgenommen und anerkannt wirst. erlaube dir erlaube dir nun von der Wahrnehmung deiner Augen bis hin zu deinen Füßen zu gehen. also spür mal deine Füße, deine Fußsohlen am Boden, deine Zehen, spür dir mal ganz bewusst hin, also von deinen Augen runter zu deinen Füßen und jeden Schritt in deinem Leben, ob das jetzt zu kleine Schritte waren, zu große Schritte, zu zögerliche Schritte oder gar keine Schritte gewesen sind, sind deine Füße gegangen. Und erlaube jetzt mal deinen Füßen wirklich mal da wahrzunehmen, wie die deinen Lebensweg sehen. Wie ist denn dieser Lebensweg? Ist der sehr holprig? Ist der Weg vielleicht unsichtbar? Also fehlt ein bisschen die Orientierung oder hast du das Gefühl zu stehen oder im Kreis zu gehen? Wie fühlen sich denn deine Füße? Und du nimmst es jetzt mal wahr und dann fließt in deine Füße Heilung ein, Abgrenzung und den Mut soziale Kreise zu wechseln, soziale Schichten zu wechseln und dich nach oben zu bewegen oder weiter zu bewegen. Ohne das jetzt zu werden, einfach weiter zu kommen und alles, was dich in deinem Feld hält, was dir nicht gut tut, darf nun transformiert werden. Es ist wie eine Reinigung deiner Füße, deiner Fußchakren und so wie sich deine Sehnerven entspannt haben, entspannen sich jetzt auch die Füße Sämtliche Verkrampfungen lösen sich und du spürst, dass du ganz klar und ganz bewusst in Bewegung gehst zu einer Heilung. Müdigkeit, Erschöpftheit fällt von dir ab. Und du kannst nun deine Füße leicht und klar und in Bewegung wahrnehmen und deine Augen klar und strahlend und bewusst. Und zwischen deinen Füßen und deinen Augen, genau in der Mitte deines Körpers, in deinem Zentrum, beginnt nun Lebensenergie zu pulsieren. Ungenutztes Potenzial darf nun aktiviert werden. Alles, wofür du zu klein, zu schwach oder zu unwissend gewesen bist, alles, was du gelernt hast, darf nun abfallen. Und du kannst dich in deiner vollen Kraft, in deinem Potenzial entfalten. Und und du spürst, dass zu dieser Entfaltung Flexibilität dazu kommt, eine innere Aufrichtung, eine Klarheit, eine Würde. und du spürst die Energie des Neuanfangs in dir erwachen, ein weißes strahlendes Licht, auf das du zugehst und alle alten Streitereien, alle alten Blockaden fallen von dir ab. und Türen gehen hinter dir zu und du spürst, wie du klar, geradeaus und würdevoll fokussiert deinen Weg gehst. Du spürst richtig, wie sich deine Energie in Bewegung setzt und du immer weiter und weiter gehst und Selbst Boykott und Einschränkungen fallen von dir ab, lösen sich und bleiben zurück. Du atmest tief ein und wieder aus und du fühlst dich frei. Du fühlst dich fokussiert und du fühlst dich voller Lebenskraft. Und dort, wo Wunden waren, ist nun Güte. Dort, wo Scham gesessen ist, ist jetzt Freiheit Freiheit und dort, wo Stress war, ist nun tiefer, tiefer Frieden. Bedanke dich bei der geistigen Welt für die Unterstützung. Atme mal tief ein und wieder aus und erlaube dir noch mal ganz bewusst alle Türen jetzt zu schließen, nach hinten in die Vergangenheit und mach dir bewusst, dass du in einer neuen Kraft, einer neuen Energie in dein Alltagsbewusstsein zurückkehrst. Du atmest noch mal tief ein und wieder aus, streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich vollkommen klar und entspannt. Wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, durchgestreckt hast, dann öffne deine Augen, fühl noch mal nach. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Ich freue mich natürlich auf deine Kommentare, schreib sie mir gerne rein und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Seminar oder bei einer Einzelsitzung im wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ehring. Tschüss. Musik Musik